Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Lufia 2 Reis auf das Sinnerstorz. So, wir hatten das letzte Mal den Schlüssel wieder beschafft, um diese Tür hier zu öffnen und ich würde sagen, gucken wir doch mal, ob wir da jetzt durchkommen. Björn hat mir alles gebeuchtet, ich habe ihn noch einmal verziehen. Das ist schön. Jetzt kann ich endlich wieder nach Tannbel, hurra! Wenn ihr nach Tannbel kommt, müsst ihr mich besuchen. Wir führen dort ein Hotel. Ich bin Liana, bei uns könnt ihr kostenlos übernachten. Das ist nice. Nun muss ich aber weiter. Ups, die Tür ist noch verschlossen. Merkst du was? Merkst du was? Auf geht's! Vielen Dank und gute Reise! Ja, du könntest auch einfach mit uns mitgehen, ne? Das wäre natürlich ein Plan. Aber gut, egal. Was auch immer. So, ich nehme mal an, das ist Tannbel und nachdem wir diese Typen hier besiegt haben... Äh... ...werden wir da hoffentlich ankommen. Umi, konntest du nicht einfach? Naja, ist egal. Whatever. Ah, sehr schön. Oh, mein neuer Level. Uh, cool. Bist du Tannbel? Ja. Natürlich. Willkommen in Tannbel. Wer seid ihr? Achso, ich dachte, das wäre die, die wir gerade getroffen haben. Ähm... Ja. Das ist Tia. Mein Name ist Maxim. Hallo! So, das ist sie doch. Ich danke dir für das, was du im Tempel getan hast. Na, du bist es, Bruder. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Diana, wer sind diese Leute? Die fanden den Schlüssel, als ich die Probleme im kleinen Tempel hatte. Das sind Maxim und Tia. Nett, euch kennenzulernen. Das ist mein Bruder Guy. Aha. Vielen Dank, dass ihr meiner Schwester Liana geholfen habt. Maxim, bleibt doch noch ein wenig. Ich habe etwas ganz Besonderes gekocht. Gute Idee. Sie kann zwar nicht allzu viel, aber das Kochen hat sie drauf. Und was genau meinst du damit? Nun, was kannst du denn noch? Mir fällt gerade nichts ein. Wie bitte? Ich kümmere mich um das Hotel, koche, putze und mache die Wäsche. Und du? Ich war schon meine Unterhosen. Ja. Total genial. Na toll. Das ist aber auch schon alles, was du kannst. Mehr nicht. Haha. Ja, genau. Männer drücken sich vor der Arbeit, wollen aber die ganze Welt regieren. Nicht, Wartier? Ich sehe das ähnlich. Bitte? Nichts für Ungut. Haha. Bleibt doch heute bei uns, Liana. Macht doch bitte alles zurecht. Sofort. Ich gehe ein wenig trainieren. Schaut doch später vorbei. Klar, sehr gerne. Bis dann. Jo, bis denne. Das scheinen sehr, sehr nette Leute zu sein. Auf alle Fälle. Sehr schön. So, ich würde aber gerne erstmal gucken gehen, ob wir vielleicht irgendwo einen Shop haben. Ich werde Guy heiraten, wenn ich groß bin. Ja, mach das. Sonst bringt Liana mir immer diesen leckeren Tee aus Tarika. Dieser Tee ist ein wahre Jungbrunnen. Hier gibt es echt nichts zu holen, ne? Hier gibt es echt nichts zu holen, ne? Furchtbar. Die Magie ist der Stoff-FC, aus dem die Träume sind. Setze sie geschickt ein. Vergeude deine MP nicht. So, was haben wir denn? Sturm. Sturm. Confusio. Das ist auch nice. Würde ich sagen. So, bei Shop bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich nehme es mal mit. So. Jetzt gucken wir mal nach. Äh. ok ok auf jeden fall und den draht würde ich mal sagen nehmen wir auch mit so jetzt werde ich aber erst mal ausrüsten also das ist ja schon ausgerüstet ich bin dorf ich das jetzt eigentlich alles soweit verkaufen ich denke mal schon das war jetzt verkaufen eine waschbrett hier verkaufen jetzt auch mal dann gucken wir uns doch mal die rüstungen noch an weder west hier hat er bewegung geht runter abwehr geht vier hoch weiß nicht ich nehme mal das holzschild den arm reif für sie und mal die federweste ich würde mal sagen das reicht fürs erste so so So, damit müssten wir eigentlich ganz gut gestellt sein, ne? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal nice aus. Da hier immer mehr Monster auftauchen, habe ich von Gai das Kämpfen gelernt. Glückwunsch. Die Monster waren schon einmal in der Stadt, Gai hat hier alle erledigt. Coole Sache. Gucken wir doch gleich mal, was der so macht. Ich würde auch mal sagen, wir heilen uns einfach mal hoch. So, wer bist du denn? Hallo, lustige Wanderer, fühlt euch mit zu Hause. Wie lustige Wanderer. Siehst du lustig aus? Ich glaube nicht. Das hier dürfte der älteste Sprecherstand sein. Überschreiben wir den mal. So, dann gucken wir doch mal, ob wir Gai finden. So einen netten Kerl wie Gai findet man selten so stark und warmherzig, wenn ich nur etwas jünger wäre. Ja. Flamento liegt hinter dem Turm im Südosten. Dort gibt es einen Mann, der tolle Sachen herstellt. Ah ja. Na, da bin ich doch mal gespannt. So. Man sagt, die Monster kämen aus dem alten Turm im Südosten. Okay, dann ist das wohl unser nächstes Ziel. Fürchte ich. Hey Maxim, machen wir ein kleines Match? Claro. Also, los geht's. Der Bessere soll gewinnen. Das kann eigentlich nur ich sein. Du scheinst wirklich ein starkes Selbstbewusstsein zu haben. Zeig, was du kannst. Geil. Das ist so voll im Sprung abgebrochen. Weiß ich denn, gerade geht der Spaß, das richtig los. Geil, Monster, die Stadt ist voller Dämonen. Wie bitte? Was zum Teufel? Bist du der stärkste Mann in der Gegend? Wer bist du denn? Das geht dich ja mal überhaupt nichts an. Doch du wirst mich noch kennenlernen. Geil. Lass uns das Spiel verschieben. Zunächst sollten wir den Kerl zeigen. Was soll es? Hübsche Idee. Wer vermöbeln das Pack? Oh, yay. Oh, guys. Zumindest Level 11. Das ist doch schon mal nicht so schlecht, ne? Oh, dann gucken wir doch mal. Oha. Ey, lass Fumi in Ruhe. Wir haben Fumi ganz schön zugesetzt, ne? Das gefällt mir nicht. Aber Fumi wehrt sich. Oha. Ja, oder auch nicht. Komm, mach den Blatt. Jawoll. Geil, wurde aufgestuft. Gleich noch ein Level ab, oder was? Ist das alles recht einfach? Huch, Männer, halt sie weg. Du bist der nächste. Ja, es sind auch keine Männer mehr da. Donnerköttel, ich komme wieder. Okay. Kleine Unterbrechung. Also, bist du bereit? Oh. Nein, Lina wurde von irgendeinem Verrückten entführt. Was? Diana, dieser Schuft. Er verschwand zum Turm im Südosten. Danke. Ich begleite dich, Guy. Im Turm wimmelt das von Monstern. Eigentlich viel zu gefährlich, aber nicht für dich. Auf geht's. Guy schließt sich an. Yay. Damit haben wir das dritte Gruppenmitglied. Binde ich doch nice. Dann gucken wir doch gleich mal, was der so hat. Turzschwert. Bringt nix was. Leederrüstung. Holzschild. Okay, ich kann ja noch mal zum Shop gucken, ob ich ihn vielleicht noch mit irgendwas anderem ausrüsten kann. Aber... Oh, tatsächlich, das Kukri. Ja, das machen wir doch. So, wie sieht's denn mit Rüstung aus? Die Federrüstung. Den Lederhelm. Machen wir das doch auch. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann kann ich das Furzschwert verkaufen. Und die Lederrüstung. Cool, damit hätten wir Guy auch ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt für vier Minuten noch ernsthaft lohnt, in den Turm zu gehen. Geil, wird die Sache schon richten. Er mit Liana retten, ja. Alles im Sonderangebot. Gucken wir doch mal... ...was wir so haben. ...aufwecken wäre vielleicht... ...ne ganz coole Sache. ...bei... ...auf jeden Fall auch. Krafttränke. Kommt eigentlich immer gut. ...Blocktropfen, whatever. Da habe ich zwei im Besitz. Hier nehme ich mal noch zwei mit. Ich vermute mal, dass das das gleiche ist wie in Lucia 1, dass man sich da von Stadt zu Stadt warten kann. Wird es dann sicherlich auch noch als Zauber geben. Aber was ich habe, habe ich erst mal im Inventar, ne. Und ja, kann nicht schaden. Hoffentlich geht es Liana gut. Ja, das werden wir beim nächsten Mal sehen, ob es sehr gut geht. Ich denke mal schon. Denn wir werden denjenigen, der sie entführt hat, ordentlich vermöbeln. Ja, nur um das mal klarzustellen. So, allzu groß ist Tannenbill aber jetzt nicht. Würde ich sagen... ...speichern wir nochmal. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle erstmal den Part, auch wenn der jetzt mal zwei Minuten kürzer ausfällt. Aber dann starten wir frischfröhlich im nächsten Part im Südostturm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis dahin. Tschüss.